Hallo liebe Kinder, ich bin die Christine und ich bin die Stefan und heute zeigen wir euch die Bewegungen zum Lied Jesus, du segnest uns. Wir fangen an. Rechter Fuß geht nach rechts und der andere tapft nach. Und so geht es immer hin und her. Und wer kann, darf gerne dazu schnitzen. Die erste Bewegung geht von unten nach oben und zwar Jesus, du segnest uns. Wir deine Kinder sind da. Wie ein Scheibenwischer ist das? Und weiter. Jesus, du segnest uns. Wir fassen es ab und wir sind dir ganz nah. Und wir grooven immer weiter und gehen in die Strophe. Du rufst uns an deinen Tisch, um mit uns mal zu halten. Du teilst mit uns das Brot, den Wein. Und bist uns so ganz nah. Jesus, du segnest uns. Wir deine Kinder sind da. Jesus, du segnest uns. Heute sind wir dir ganz nah. Zweite Stroh. Jung und alt, ab, flach und schwach. Willkommen heisst du jeden. Als Gottes Kinder wissen wir, für alle bist du da. Jesus, du segnest uns. Jesus, du segnest uns. Heute sind wir dir ganz nah. Dritte Strophe. Morgens, abends, tags und nachts. Was machen wir da? Ich hab's vergessen. Aber für morgens strecken uns. Morgens und abends schlafen wir natürlich. Tags und nachts sind wir in dir geborgen. Auf allen Wegen schützt du uns, denn du bist immer nah. Und noch einmal noch da. Jesus, du segnest uns. Wir deine Kinder sind da. Jesus, du segnest uns. Heute sind wir dir ganz nah. Vielen Dank, liebe Kinder. Und viel Freude beim Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Jesus, du segnest uns. Heute sind wir dir ganz nah. Jesus, du segnest uns. Heute sind wir dir ganz nah. Jesus, du segnest uns. Heute sind wir dir ganz nah. morgens und nachts noch da. Morgens, abends, tags und nachts. Sind wir in dir geborgen. Auf allen Wegen schützt du uns, denn du bist immer nah. Jesus, du segnest uns, wir deine Kinder sind da. Jesus, du segnest uns, heute sind wir dir ganz nah. Jesus, du segnest uns, du segnest uns.